Da gibt's bestimmt irgendwas Tolles, was wir uns auch sein müssen, was total super intelligent ist. Was sagst du denn hier noch so? Grüß Gott, Potion-Person. Ich bin gespannt, um ein paar Potionen zu kaufen. Hier oben ist die Kiste. Was haben wir hier? War Sign. War Head. It's bring your child to war months. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Was haben wir denn hier? This lock has a mushroom, a diamond and a crescent on it. Mushroom, diamond, crescent. Mushroom, diamond, crescent. Das kann ich mir doch nie merken. Also ich meine jetzt vielleicht noch, aber wenn die weiter weg sind. Greetings, Locksmith. Eh? Actually, I was thinking of another lock. Your lock looks like this. You'll have to give me the key I already gave you first. I agree. It's important to recycle. Alright. What does the lock look like? It needs to have a mushroom and a diamond and a crescent. Oh, this should do the trick. Ich hab's mehr gemerkt. Ich hab's mehr gemerkt. Das ist wahnsinnig. Lauf doch mal schneller. Du bist so langsam. Am liebsten würde ich mich durch die Gegend rollen, aber es geht nicht. Das geht. Ach. Grocery List. Lass mich raten. Wir müssen alles besorgen, was auf dieser List steht. Wenn wir sie ihm gegeben haben. Und weil er das ganz unbedingt dringend braucht. Lieber Locksmith. Oh, nicht? Okay. Aber vielen Dank für das Angebot. Wir kommen sicherlich darauf zurück. Falls ich mir die Schlösser merken kann. Ich glaub, ich muss mir beim nächsten Mal echt ein kleines Stiftchen daneben legen. Sonst wird das nix. Okay. Kriegen wir hin. Oha. Was ist doch denn Mist? Die explodieren? Bin ich aber... Aua. Lass mich. Lass mich. Ich wollte sagen, du flickst bestimmt noch so in die Luft. Aua. Lass mich. Flick in die Luft. Los. Danke. Mom, mom, mom. Ah, was steht denn hier Schönes? Ist mal fertig. Ist mal fertig. Eisenbein Residenz. Ist zu Hause von Dr. Eisenbein. Lucy Eisenbein. Und, äh, den Roboter, ne? Ah. Wow. War super effektiv, mein... Ich sollte aufpassen, dass ich das nicht tue. Ah. Hab ich eigentlich... Das hält ja an, ne? Hab ich irgendeine tolle andere Justice-Waffe? Nein, natürlich nicht. Soll ich mal meine Bazooka ausprobieren? Oh. 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 Nicht zu viel auf einmal. Geht mal alle in die Luft. Alles gut? Was? 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 Volle Verschwendung gerade. Aber egal. Wir können ja nachkaufen. Dafür ist es ja da. Mehr? Nö, gut dann. Dann geht man wieder schnell ändern. Hier, guck mal das her. Probieren wir alles mal durch. Finden wir bestimmt noch genug von. Was haben wir hier? Eine Kiste. Ohne Schloss. Was haben wir drin gehabt? Jackhammer? Was kann der denn? Können wir doch nicht, ne? Pommels enemy was industrial might. Können wir doch nicht. Probieren wir alles aus. Die happy strong crew. Ja, das haben wir schon mal. So. An wen müssen wir das jetzt abgeben? Wir guten in der Stadt. Wir gehen aber erstmal hoch. Wobei, wer weiß, was wir unterwegs sind. Ist hier irgendwo ein Häuschen? Ein Scheißhäuschen. Scheißhäuschen zum Traveln. Aha. Ich würde... Trottel. Oh, oh. Ich will... Höhöhöhö. Höhöhöhö. Mach Spaß. Kann die mal aufhören mit der... mit der Bazooka auf mich zu schießen? Oder da... Die lassen auch Bazooka fallen, ne? Das ist mal erstmal auf, bevor du hier weitermachst. Scrap Metal ist schon nur 26 von 50. Ist das gut? Geld, 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 Geld. Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben fast 10.000 Geld. Wir haben fast 10.000 Geld. Immer gut. Geld haben ist immer gut. Wer seid ihr? Fahr mal Blizzbane. Ich mach erstmal eure Kisten kaputt. Und bevor ich mit... Ich bin... mich zu fett hier durchzulaufen? Ist klar. Entschuldigung. Ich sollte weniger Nachos essen. Bevor ich mit dir rede, ne? Das war zwei übrigens. Mann, bin ich intelligent. Hätte nur eins runtergemusst. Ja, war nix, ne? Dann... halt da. Wenn wir schon dabei sind, dann munter durch die Gegend reisen. Dann machen wir das doch so. Liebster. Was? Hm. Let's see. What should I think? Hallo? Hallo? Alter. Ein ganzes Lager voller Soldaten und mir wird hier alles geklaut. Ich werd wahnsinnig. удивle, Ihr Trainer von der Militär. Ich weiß, wie ich der Kicksebene vedeteu, kann ich einen Kickseh zu erwähnen. Und du kannst mich sie Deathspank! Oh ja, der Karte der Untertrahlen. Haben wir deine Verblichkeit mit Untertrahlen gibt woanders zu alle anderen. Das ist etwas anterkend드�íveis, aber mein Schiff ist已經 breitst aus. Super, mach ich. Ich denke, die Eisenbein-Residence, nur nach Lebeau-Kuquel, hat ein paar Barrelse von Orel. Das heißt, ich gehe nochmal aufpassen, dass ich jetzt nicht auf die Basika drücke, sonst gibt es einen heißen Arsch. So, hier. Ich bin, äh, König im... Kannst du jetzt mal bitte das hier vorne anvisieren? Äh, im... Eben daneben fotografieren? So, hier machen wir unseren Potato-Dings auch mal außen. Aus teigischen Gründen. Hier rein. Dann kann ich das hier nämlich mitnehmen, ne? Vielen Dank. Sonst war hier nix? Nope. Dann halt nochmal zur Eisenbein-Vila. Residence, keine Vila. Es tut mir leid. Und? Greetings Potion-Person. I'm looking to buy some Potions. Man muss ja immer mal up-to-date bleiben. Das andere kann ich mir eh noch nicht leisten. Wo ist denn jetzt zur... Hier unten gleich links, ne? Und hier lang, oder? Das macht so Spaß. Au, das macht keinen Spaß, wenn ich mir nicht darüber nachdenke, dass sie sterben, äh, dass sie... Und so weiter und so fort. Komm. So viel Schaden macht es auch nicht. So viel Schaden macht es auch nicht. Aua. Lass mich doch alle mal in Ruhe. Ich finde die nicht witzig. Ein bisschen schon. Vier von zehn. Da hinten steht noch eins. Vier von zehn. Und ein Hähnchenbein. Geld. Noch mehr Geld. Oh, noch eine Bazooka. Aber es ist eine... Oh, eine etwas heißere Bazooka. Ich weiß nicht, ob das noch einen Unterschied macht. Bein aber super. Ob die jetzt noch Feuerschaden oder Eisschaden oder... Was weiß ich, was es noch für Schaden gibt, macht. Ich hab auch einen Schaden. Verrate ich nur keinem. Das war jetzt ganz im Vertrauen gesagt zu euch. Ich hoffe, ihr verratet es nicht weiter. Ich hoffe, man merkt es auch nicht so sehr. Oh, die Munitionsverschwendung, was ich tue. Egal, dann kann ich jetzt wieder runterlaufen. Hund, oder? Nope, dann... Für wen ist denn das Öl? Achso. Zum Navy-Captain. Oh, Captain, mein Captain. Falscher Film. Outhouse. Warte. Das sieht man jetzt da unten gar nicht, ne? Gucken wir mal, ob er jetzt noch da ist oder ob er sich vom Acker gemacht hat. Ach ne, kann er ja nicht. Jetzt ist er nicht mehr hier. Das Schiff steht hinten nicht. Ich dachte, ich soll für den Öl besorgen, weil er kein Öl mehr hat. Oder kaum Öl. Na egal. Dann halt hoch. Dann halt zu Farmer Blisbane. Hallo, Farmer Blisbane. Wie geht es Ihnen? Greetings, random farmer. I'm not random. I'm Farmer Blisbane. I have a package for you from Polk La Tette. Thanks. It's about time Polk said this to me. Maximum Carry. Na, jetzt sind die Wunsch. Na gut. Jetzt nehmen wir mal hier. Greetings again, random farmer Blisbane. Oh dear, what will I do? I see you don't care for snow either. Nasty stuff in white or yellow form. No, it's these rampaging robots that keep attacking my zappers. Rampaging robots, you say? Yes, they keep attacking my zappers and then consume the electrical discharge released when they die. Sounds like you could use a hero to destroy them. Well, thank you for offering to help. If you don't mind bring me their robotic heads. But don't hurt my zappers in the process. They're my one true love you see. I can't promise you. What's next? It looks like a turd, right? What's up there? An Abenteurer? This radio tower is broken. Ah, I need to... Dead Adventurer. Note. Oh, what have we here? We have a... Mmm, that's what I want to try. And then I want to... Newspaper? Note to self. Read. Note to self. The destroyed city to the north is supposedly crawling with loot from the taking god times. Here I come. The notes have we, I believe, all of them already read. And I have to think, that I can see in between. Otherwise, we'll be back here for a while and only read some notes. What are his zappers? Should I let them heal? Let's see. Okay. Quest edit. Lower the town... The... 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 The bridge. Something... Um... Forgot. The...